Willkommen zu einer neuen Runde War the Warcraft von Blizzard Entertainment Petched and Waddle Kaye auf den Privatsauber Rising Gods Immer noch im Schattenmondteil auf der Netascherbe Wir sind jetzt gerade hier runter gesprungen Beziehungsweise oben haben wir Schluss gemacht Geben jetzt hier die Quest ab Und dann schauen wir mal was der noch von uns will Nichts Irgendwas hat das auch noch mit diesem Drachen auf sich Ich hab keine Ahnung Du schüttelst nur mit dem Kopf, du weißt es auch noch nicht Gut Dann muss ich wieder hier raus Dann müssen wir draußen mal die Quest abgeben Prügeln uns noch durch Oh, jetzt hat's Schnitzer getroppt und Dolch Ja, jetzt kriegen wir erstmal wieder mittig ins Gesicht Bringt das was, wenn ich dich hier rausziehe? Denn die beiden dort machen Jens ja krawalltig Schaden Das hat man ja letzte Runde schon gesehen Haben wir sonst noch was hier? Nö, die Quest abgeben Das war zu hart Das war zu hart Das ist fehlgeschlagen So Aha Und? Wieso macht der jetzt kein Damage? Ich hab doch doch grad eben noch übelst In die Fresse gekriegt Äh Gut, müssen wir nicht verstehen Ist nicht so tragisch Mensch Das können wir auch noch aufmachen So, jetzt können wir mal gucken Und durch 13 Ausdauer Naja Naja So, hier Ziehen wir mal mit Die rücken alle schon wieder so hin und her Mensch Was ist denn los? Das ist doch alles noch frisch Komm, gib mal das Genau Nochmal Alles Kaule Ja, zieh mal den mit Den würden wir bestimmt auch so mit zernen Zack 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 Ach ne, richten durfte ich nicht nochmal So Und jetzt rennen wir mal raus Jawoll Gleich mal hier unten lang Wart haben wir denn sonst noch für Quests? Ja, eigentlich nur Dungeon-Quests, ne? Ja, hat man ja halt in der vorletzten Runde schon geguckt Das sieht gut aus, so leer muss das Questlock bleiben Wir müssen den Rest alles noch schaffen Bis auf die beiden hier, das war jetzt zu heftig Und so wie ich in der letzten Runde ins Gesicht gekriegt habe, brauche ich die nicht nochmal probieren Zieh mit Jawoll Dann drehen wir uns hier im Kreis Da im Kreis Zack Und auf den da Äh, seltsam, das klappt wieder viel besser Ich hab nur Relog gemacht Nicht mal Server, sondern nur Relog Ist noch dieselbe Aufnahme-Session Hmmmm Wat soll's, ne? Zerbricht dir nicht dein Kopf? Zack, zack So, Dillee Hier haben wir zwei, die die Quest gerne hätten Bieteschön, Dankeschön 350 Ruf Netterschwingen 2225, ne? Das ging ja fix Du möchtest Gleich zwei haben Bieteschön 350 Ruf 500 Ruf Oh, herrlich Haben wir schon 3075 Ruf Ich mach dann hier noch ein bisschen weiter Mit dem Ruf Wir gehen jetzt erstmal hier fix verkaufen Ähm, ja, retten Das ist nicht so wichtig Das Erz hol ich mir, wenn ich's brauche Die Trefferwertung war auch nicht wichtig Das packen wir hier runter Das verkaufen wir alles Und wir machen jetzt einen Quantensprung in den Netasturm Aber vorher guck ich nochmal in die Höhle Es kann sein, dass wir uns da dann wieder sehen, ne? Bis gleich Kleine Planänderung Wir befinden uns jetzt im Netasturm Aber schon hier oben beim Tyrantus Ich hab ihn schon im Target Die Bio-Kuppe hier oben, die kennen wir schon Die war auch schon aufgedeckt Hier haben wir mal die Mana-Bären gesucht Tyrantus läuft hier drin, jetzt steht er hier kurz Den holen wir uns gleich Ähm, mir ging's einfach hier unten zu schnell Im, nicht EP-Balken, sondern im Balken von dem Ruf Und so kann ich wenigstens Bei der nächsten Rufstufe unten weitermachen Ich hab uns die 10 Knoten Hautleder bereits gekauft Tyrantus haben wir hingelegt Knoten Hautleder hier runter zum Balken Beziehungsweise Balken runter zum Knoten Hautleder Und jetzt machen wir den Quantensprung hier runter zur Brücke Bis gleich Wir befinden uns jetzt hier am Übergang Vom Sharecard zum Netasturm Ja, wir sind das schon mal abgelaufen Abgeritten, beziehungsweise abgeflogen Was? So hoch Bissl der Buch Wann soll's Hier durften wir ja schon die Quests abgeben Hatten wir auch gemacht Damit wir das Inventar frei kriegen Und jetzt wollen wir's wieder voll haben Mal gucken, was wir hier oben alles bekommen Ich entschied mich Nummer 3, was? Batterien wieder aufladen Benutzt den Batterieblaster bei genügend Phasenjägern Aha Begleitet Max durch die Ruinen von Inkat Na dann Phasenjäger Phasenjäger? Nö Phasenjäger? Nö Max E. Million Nummer 5 Mhm Kann man ja zeichnen, was du kannst Äh Ihhh Interessiert ihn überhaupt nicht, ne? Toll Wirst du abgegriffen? Ja, wirst du... Ah, so machst du wenigstens mit Ha, ha, ha Ausgeträgst Du darfst auch weitermachen Ja... Ach, zu den Dingern willst du? Ich guck mal noch... Ah, Phasenjäger, alles klar Ach ja, komm her Das geht doch so bestimmt einfacher und schneller, oder? Jawoll Ich darf's nur nicht überreißen Zum Beispiel so Da muss man das Ganze rückwärts machen Nehmen wir looten Bis da nicht zu weit weg rinnt So... Mh... Hier bin ich jetzt mal vorsichtig Mh... Ja, du ziehst gleich alle vier, oder? Genau... Aber so bleibst du wenigstens hier stehen und machst du mit und kämpfst bis zum Schloss immer so... und so... Naja, das ist jetzt nicht so... Prägend, ich hole mir mal den für die Langeweile oder gegen die Langeweile Was ist denn das hier? Lass mich raten, die darf ich dann noch ein sein Rintintintintintintintintin Rote Splitter, muss ich haben Entzieht dem Phasenjäger seine Energie Aha Das ist ein Phasenjäger der muss bestimmt kaputt sein oder auf 20% das kennen wir ja Nagrand Slam Schatten des Fahrraders auch. Also die Quest mit dem Bike müsste jetzt auch zählen und die nächste schöne Quest werden wir auf respektvoll bekommen oder wohlwollend wir sind ja nicht mehr wohlwollend genau dann müssen wir respektvoll werden mit 12.000 uiuiui das werde ich dann versuchen immer gleich am Anfang einer Folge wie beim letzten mal zu zeigen dass wir dann die neuen Folgen bzw. die neuen Quests sehen und gleich machen können und dann hier oben wieder weitermachen bis ich dann den nächsten Ruf bekommen habe. Den Ruf da unten brauchen wir wie gesagt für die Quests damit wir die auch alle sehen und auch für die Reittiere die es dann da unten zu kaufen gibt. Naja Flugtiere die Drachen Nee lass den mal Ruhe. Du klopfst dich lieber mit mir. Dann weiß ich doch. Ähm was ist mit dir nicht in Ordnung? Hier hätte der Gestank gestanden oder was? estou Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Hier oben, ob ich es doch schon leuchten sehen, da hinten. Da will sie doch bestimmt wieder hin, ha? Ja komm, die können wir dir aus dem Weg rum. Eine alleine ist nicht das Problem. Sind wir nicht hier schon einmal rum jetzt? Maximilian Nummer 5. Da sind wir einmal rum. Bieteschön Nummer 5 lebt. Ach deswegen, bieteschön, dankeschön. 5.16, 5.43, jawoll. Da haben wir die erste Quest von 120. So, Phasenjäger. Ne, Neterrochen, Neterrochen. Phasenjäger. Das ist... Nein. Das ist... Nein. Was ist das? Das ist... Jawoll. Das... Ne. Falsches Ziel. Ach, zum Schweigen gebracht. Mana entziehen, du. Benst wohl. So. Jawoll. Und? Hat nicht geklappt. Ach, umkloppen muss man ja noch. Aha, äh, 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 äh. Jawoll. Gib dir mal eine Heilung. Hatten wir hier noch welche? Da drüben auf der Insel. Hier am Rund. Bisschen hoch. Kommen wir mit hier runter. Wollen wir schnell nachsetzen. Damit er nicht abhaut. Triffst du den? Jawoll. Triffst du. Jetzt. Jawoll. Haben wir hier noch? Ah ja, guck hier. Und da. Zack. Ja, komm. Schäler abholen. Wie siehst du? Zack. Schäsi. Du kommst gleich so zu mir. Schäler abholen. Ne Autoschlag dürfte reichen. Jawoll. Zack. Jetzt geht dieser Haus schon besser. Was haben wir hier? Ein normales Ardement. Das bringt mir nix. Dann fliegen wir mal hier rüber. Gucken. Wie viel wie? Ach, hier haben wir reichlich. Hier haben wir reichlich. Das ist schön, wenn keiner da ist. Schwach. Jawoll. Zack. Kein Loot. Oh nein. Wie könnt ihr nur? Huch. Zack. Genau. Wieder kein Loot. Hauptsache der Batterien werden voll. Genau. Zack. Das geht schon super mit dem Autoschlag. Oh, die Musik war. Ist der schon sprach? Tatsache. So, wird mal nachgebufft. Und dann fliegen wir zurück. Richtung Stimmt. So, jetzt sehe ich schon mal her. Ich bin noch falsch abgebogen. Mit dem Weg hier. Ich hätte erst rüber laufen sollen. Dann hätte ich bestimmt auch die andere Quest. Für hier drinnen mit den roten Splitter. Wir geben dir das erst mal in die Hand. Und dann jetzt zum Posten. Genau. Hier rein. Hier werden wir doch bestimmt gleich überschüttet. Ping. Der Willkommensgruß. Stiefelz. Stiefelz. Fünf Stück Stiefel, Hauer, Schiefer. Wo liegt dir? Wir hier irgendwas zum Verkaufen. Das heben wir auf. Das heben wir auf. Das und das. Oh, hier haben wir noch was. Gehen wir hier wieder raus. Das müssen wir doch auch mal wieder nutzen. Und zwar. Ping. Jawohl. Und hier haben wir Kasten mit magischem Flusskrebs. Seelen gebunden. Und jetzt ist das Pad meins. Begleiter. Und hier haben wir den. Da siehst du einen magischen Flusskrebs. Der kommt ganz selten da raus. Hat man ja jetzt. Das war der sechste Versuch. So, ich wollte verkaufen. Handwerkswagen. Ja, aber mein Geld. Nicht deins, ne? Ich bin gut drauf. Sieht man doch. So. Hier können wir auch mal reingucken. Arcana staub. Das waren die letzten Reste, die ich verkauft habe. Ja, Rohstoff und so, ne? Was hast du denn hier gesucht? Ne zweier. Vernichter Servo. Nehmen wir einen Netarok. Nehmen wir einen. Die zweier Quest sollten wir ja wohl alle locker schaffen. Dem Konsortium helfen. Sprecht mit Netar, Pyrsha Kai in Area 52. Ach so, das ist die Quest von beiden oder was? Sear Aldor. Das hier sind die Aldor. Das hier sind die Seer. Da kriegst du normalerweise dann auch noch Quests. Warum das alles noch nicht so richtig losgegangen ist, glaube ich. Unten bei der anderen Questreihe war es ja so, dass wir erstmal noch in die, nicht Zangermaschen, in die Wälder von Terror kommen müssen. Wenn wir eine Inni weitermachen, dann sollte das schon funktionieren. Was? Ach, hier draußen. Netar Pyrsha, dem Konsortium helfen, Questbein dann besorgt ein Kristall-Artefakt von Arklon. Und bringt es ihm, jawohl. Machen wir. Hier hast du noch dort eine Quest. Ja. Der Stab des Magiers. Von Ekorash. Ja. Beschwörungspulver. Anstatt der Brille, die hätte ich auch auf der Bank packen können. Wir haben das ja jetzt mit dem Helm. Gekoppelt. Barbier. Nein, nein, nein. Ich will mich nicht barbieren lassen. Ich dachte nur, es wäre ein Verkäufer. Ach so, hat man ja schon. Hier ist nichts drin. Aufgabenleiter. Aha. Das sind die Ingenieurslehrer. Bei dem Ingenieursbedarf kann man diesen Adamantitrahmen kaufen. Den hat er diesmal nicht. Hier ist übrigens auch noch eine Bank. Da sind wir ja einmal durch. Schiefer, Hauer, Schiefer Jo, Server-Neustart in 5 Minuten das könnt ihr auch gerne machen Ah, die haben gerade Probleme mit den NPC-Geschwindigkeiten das hatte ich noch gelesen Jo, ich werde hier sowieso schon wieder angeblinkt das heißt, wir sind durch eine Runde durch Jo, da bleiben wir gleich hier stehen machen wir in der nächsten Runde weiter Ich bedanke mich fürs Reinschauen vorbeischauen, zuschauen, Dankeschön wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns eventuell in der nächsten Runde wieder zu World of Warcraft von Blizzard Entertainment, Patched on the Waddle K auf dem Privatserver Rising Guts Bis dahin, auf Wiedersehen und Schiesikowski